Domradio, Neues aus Kirche und Religion Im letzten Frühjahr zogen an vielen Orten in Deutschland Katholikinnen vor die Kirchen und Dome. Sie riefen zum einwöchigen Kirchenstreik auf und gründeten die Aktion Maria 2.0. Beim Synodalen Weg riefen die Verantwortlichen nach kontroversen internen Debatten ein zusätzliches Forum zum Thema Frauen in der Kirche ins Leben. Die Forderungen nach Frauenweihe und einer geschlechtergerechten Kirche sind entscheidende Ziele der Initiative Maria 2.0. Eine Anfrage zur Mitarbeit im Frauenforum hat die Aktion nun abgelehnt. Wir wollen frei bleiben, uns nicht vereinnahmen lassen, sagte Mitgründerin Andrea Voss Frick. Seit dem Amtsantritt von Papst Franziskus flammt die Debatte wieder auf in der Frage nach Priesterinnen in der katholischen Kirche. Die beiden Kardinäle in der Bischofskonferenz machten zuletzt ihre Position deutlich. Sowohl Rainer Maria Woelki aus Köln als auch der Konferenzvorsitzende Reinhard Marx sehen bei der Weihe von Frauen praktisch keinen Spielraum und berufen sich dabei auf die Entscheidung von Johannes Paul II. aus dem Jahr 1994, wonach die Kirche hier keinerlei Vollmacht habe. Vor dem Landgericht Freiburg hat am Montag die Verhandlung gegen den ehemaligen Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe wegen hundertfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen. Dem 42-Jährigen werden über 300 Fälle sexueller Übergriffe auf mehrere Jungen im Tatzeitraum von 2010 bis 2018 vorgeworfen. Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft. Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn wird diese Woche 75 Jahre alt. Als Theologe, Ökumeniker und internationaler Vermittler gehört er zu den profiliertesten Vertretern der katholischen Weltkirche. Gemäß dem Kirchenrecht müssen Bischofe mit 75 Jahren ihren Amtsverzicht anbieten. Schönborn leitet Österreichs Hauptstadt-Erzbistum seit 1995. Er ist ebenfalls Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz und wirbt um neues Vertrauen für die Kirche. Zu Schönborns Schwerpunkten zählt die moderne Großstadtseelsorge. Im Vatikan gehört Schönborn zu den Vertrauten von Papst Franziskus. Seit einiger Zeit ist Schönborn gesundheitlich angeschlagen. Laut einem jüngsten Medienbericht soll er im März den Vorsitz der österreichischen Bischofskonferenz an seinen bisherigen Stellvertreter abgeben, den Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Israels Botschafter Jeremy Ischarov hält das Gedenken an die Verbrechen der NS-Zeit und die Befreiung von Auschwitz weiter für notwendig. Wir werden uns nie von der Erinnerung an die Grauen der Konzentrationslager und des Holocaust befreien können, sagte Ischarov der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung am Montag. Der Botschafter sagte, ihn beeindrucke die Stärke der Erinnerungskultur in Deutschland. Sie erschwere es, Holocaust-Leugnern Fuß zu fassen. Ein Jahr nach Beginn der Bundesförderung einer neuen deutschlandweiten Meldestelle für antisemitische Vorfälle haben die Verantwortlichen eine erste Bilanz gezogen. Zwischen Februar 2019 und Jahresende registrierte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus der Bundesverband RIAS über 300 Meldungen. Dies teilt Projektmitarbeiter Alexander Rasomni am Montag der katholischen Nachrichtenagentur mit. Nicht jede der Einlassungen konnte den Worten Rasomnis zufolge verifiziert werden oder betraf einen antisemitischen Vorfall. Starke Schwerpunkte gab es in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. In Nigeria ist einer von vier entführten Seminaristen freigelassen worden. Der Priesteramtskandidat sei auf der Straße zwischen der Hauptstadt Abuja und der Stadt Kaduna ausgesetzt worden, berichten lokale Medien am Sonntagnachmittag. Anfang Januar waren er und drei weitere Seminaristen aus den Räumen des Priesterseminars Guter Hirte in Kaduna entführt worden. Mit Aufrufen zu Menschlichkeit beim Thema Migration ist am Sonntag die Gebetswoche für die Einheit der Christen eröffnet worden. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann nannte es einen Skandal, dass Europa tatenlos zusehe, wie afrikanische Flüchtlinge an der libyschen Küste erpresst und gefoltert würden. Die Gebetswoche wird vom Ökumenischen Rat der Kirchen und dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen getragen. Die Gebetswoche